Jeder dritte Erwachsene hat oft mit Rückenproblemen zu tun. Muskelskeletterkrankungen gehören zu den häufigsten Krankheitsarten in Deutschland. Viele werden deshalb sogar krankgeschrieben. In diesem Podcast haben wir Rücken. Wie wichtig die Gesundheit des Rückens ist, das hört ihr in einigen Folgen dieser Reihe. Ruhig mal in der Podcast-App runterscrollen und zum Beispiel die Folge hören, den Rücken im Pflegealltag richtig belasten. Aber wie? In der heutigen Folge sind Tanja Rentsch und Becky Liebermann zu Gast. Beide sind ausgebildete BGW-Ergo-Coaches und werden uns mehr über ergonomisches und rückengerechtes Arbeiten erzählen. Außerdem möchte ich euch gerne ab sofort das Du anbieten. Ja, ihr habt schon gehört, der Typ duzt jetzt. Also, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ralf Pozzos. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast. Zeitdruck und Fachkräftemangel. Oft bestimmt das den Arbeitsalltag in der Pflege. Da bleibt meist keine Zeit, auf das richtige ergonomische Arbeiten zu achten oder man vergisst, an seinen Rücken zu denken. Die BGW hat deshalb ein neues Angebot ins Leben gerufen, das Beschäftigte in der Pflege zu BGW-Ergo-Coaches qualifiziert. Das heißt, sie beraten auf Augenhöhe ihre Kolleginnen und Kollegen zu rückengerechtem Arbeiten. Wie die Weiterbildung aussieht, das hören wir uns jetzt mal genauer an. Die BGW hat ein Konzept für ergonomisches Arbeiten in Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen erarbeitet, das in diesem Jahr gestartet ist. Im Fokus steht dabei die Qualifizierung von Beschäftigten aus der Pflege zu BGW-Ergo-Coaches. Sie sind künftig Ansprechpartner für ihr Kollegium bei allen Fragen rund um rückengerechtes und ergonomisches Arbeiten. Der Vorteil liegt auf der Hand. Die Kompetenz im Betrieb wird gestärkt und direkt umgesetzt. Eine begleitende Beratung unterstützt bei der Etablierung nachhaltiger Prozesse im Unternehmen. Weitere Infos zum Angebot gibt's in den Shownotes. Hallo Tanja Rentsch und Becci Liebermann. Hallo Ralf. Ihr seid beide vom KFH-Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation und ihr habt die Qualifizierung zum BGW-Ergo-Coach gemacht. Warum habt ihr euch dazu entschieden, BGW-Ergo-Coaches zu werden? Also bei mir war es so, da ich schon selber in der Präventionarbeit beziehungsweise Ausbildung zum Qigong-Kursleiter hatte, war das eigentlich schon fast klar, dass ich den mitmache, den Ergo-Coach. Und ich habe mich auch sehr darauf gefreut und habe mich überraschen lassen, was da dann wirklich alles kommt. Bei mir war es so, dass ich gefragt worden bin, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, ich konnte mir das vorstellen, weil ich schon in der Vergangenheit das ein oder andere Problem mit meinem Rücken hatte. Und im Endeffekt, ich war froh, dies gemacht zu haben, weil ich einen anderen Blickwinkel darauf bekommen habe. Und ja, vielen Dank dafür. Die Qualifizierung zum BGW-Ergo-Coach, das ist so ein ganz neues Angebot der BGW und viele Mitgliedsunternehmen kennen das noch gar nicht. Könnt ihr einmal beschreiben, wie die Qualifizierung abläuft? Ja, also die ersten drei Tage waren voll mit Theorie behaftet. Uns ist das Programm vorgestellt worden, welche Aufgaben ich habe, wie ich am besten kommunizieren kann, wie ich richtig kommunizieren kann, Gesprächsführung, den Patienten neu zu beobachten, die Ressourcen kennen und fördern zu können von den Patienten, neue Bewegungsmuster zu erproben, Stressbewältigung, was ich persönlich ganz wichtig finde und die Ergonomie eigentlich. Wie arbeite ich ergonomisch? Du hast die Stressbewältigung eben besonders hervorgehoben. Was hat euch bei der Qualifizierung denn noch besonders gut gefallen? Bei mir waren es die Abende. Entschuldigung, nein, natürlich die Praxis, wie ich was anwenden kann, mit Hilfsmitteln, ohne Hilfsmittel. Aber hauptsächlich im Vordergrund stand für mich, mich und meinen Rücken wieder mehr wertzuschätzen. Und ich mache diese Ausbildung nicht für meinen Arbeitgeber, sondern ich mache es für mich, für meine Kollegen, damit ich ihnen vielleicht ein Stück weg behilflich sein kann, erst gar nicht in diese Rückenfalle zu gelangen. Die fiese Rückenfalle. Gab es doch etwas, was nicht so gut war? Also wir haben ja viel Theorie gehabt. Klar ist es notwendig. Leider kam für uns die Praxis etwas zu kurz, obwohl wir schon dementsprechend versucht haben, da mehr Praxis einzubeziehen. Aber in dem Hotel oder wo die Weiterbildung oder die Qualifizierung war, hatten wir nur immer ein Bett zur Verfügung und einen Rollstuhl. Und das war für so eine große Gruppe einfach zu wenig. Wir konnten nicht genug, nicht viel genug üben. Wobei wir dann aber trotz allem eine gute Lösung gefunden hatten. Und zwar war es eigentlich ein Online-Termin gewesen, wo man Theorie wieder durchmachen sollte. Und dann haben wir eben gefragt, ob wir nicht irgendwie in ein Zentrum gehen könnten und dann dort üben könnten. Glücklicherweise war wirklich ein Zentrum dann frei, wo wir fünf Betten hatten. Und da konnten wir dann wirklich den ganzen Tag üben. Und das hat uns sehr, sehr, sehr gut getan und viel geholfen, weil es einfach sehr praxisnah dann auch war. Das Hotel mit nur einem Bett. Ich glaube, dieses Geschäftsmodell, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, das vermute ich auch. Wir mussten gut kuscheln. Aktuell arbeiten viele Pflegefachkräfte am Limit. Also gibt es zwischen Büroarbeit und Pflegealter keine Zeit mehr, auch noch an rückengerechtes Arbeiten zu denken. Wie könnte man es eurer Meinung nach schaffen, im Betrieb den Kolleginnen und Kollegen das Erlernte wiederzugeben und sie zu beraten, dass sie einfach auch mehr an ihren Rücken denken? Also das Zeitmanagement im Moment ist wirklich sehr, sehr eng. Also muss man wirklich sagen, es muss man wirklich zeitzig rausschlagen, sage ich jetzt mal, dass man wirklich was machen kann. Wir haben dann so uns auch schon überlegt, dass man vielleicht wirklich einen Tag in der Woche sagt, zum Beispiel einen Donnerstag, da ist bei uns nicht so viel los, wo man dann sagt, okay, wir kümmern uns an dem Tag besonders gut um den Rücken, um einfach da irgendwie auch eine Routine reinzubekommen. und dann wirklich den Arbeitskolleginnen Sachen zu zeigen oder auch dann bei den Übergaben, dass man dann wirklich Entspannungstechniken macht, fünf Minuten davor und das dann einfach mit einplant und schaut, dass man dann da in die Entspannung kommt. Und ich meine gut, was immer im Alltag ist, dass man die Pflegekräfte und die Mitarbeiter beobachten kann und immer wieder darauf hinweisen kann, bitte stell das Bett hoch, wenn sie es nicht hochgestellt haben oder das Tischchen hoch oder pass auf deinen Rücken auf. Und dann denke ich, kriegt man da schon nach und nach, dass das dann in die Köpfe reingeht und dass man dann auch wieder besser auf den Rücken. Geht ihr eigentlich auch so durch die Flure und sagt dann so, Ah, hier, Rücken gerade. Na gut, so extrem machen wir es jetzt nicht. Wir beißen den Zent drauf hin und sagen, hey, pass mal wieder ein bisschen mehr auf deinen Rücken auf oder neben zum Kanister holen einfach einen Wagen. Dann ist es auch ein wenig leichter, dass man ja durchs ganze Zentrum tragen muss. Freitag ist vielerorts Fischtag. Und du hast es eben erwähnt, vielleicht soll der Donnerstag einfach mal der Rückentag werden, dass man sich da den Rücken wieder bewusst in Erinnerung holt und dort eben auch mal so ein paar Übungen und so macht. Das war eine schöne Idee. Es reicht ja auch, wenn man das ein paar Minuten nur macht, dass man da einfach mal so ein Zeitfenster öffnet. Ja, das stimmt. Und das ist eine gute Idee, fünf Minuten in der Übergabezeit dafür zu opfern, Entspannungsübungen zu machen. Und ja, wir haben das auch schon gelegentlich durchgeführt. Und unsere Kolleginnen und Kollegen waren sehr begeistert und wieder voller Motivation. Aber ich habe gerne noch was anzumerken. Ich persönlich fände es schön, wenn die BGW vor Beginn der Qualifikation ins Zentrum kommt und stelle das generell allen im Rahmen einer Dienstbesprechung vor. Ich persönlich finde, es hat eine andere Art der Wertschätzung uns gegenüber und wird vielleicht auch etwas anders vermittelt wie von uns. Ich meine, bei uns im Zentrum ist es jetzt nicht so, dass das sagen, ach, ihr hier mit eurem Rücken. Aber in anderen Zentren ist es definitiv so. Und ja, da ist die Wertschätzung einfach nicht gegeben. Und ich persönlich finde es schön, wenn das im Vorfeld vorgestellt worden wäre, weil dann hätten sich vielleicht der ein oder andere noch dafür entschieden, es auch zu machen. Ist es also so, dass viele halt einfach sagen, ach komm, Rücken, das interessiert mich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht schon wieder irgendeinen Lehrgang machen oder irgendwie, ich weiß auch, Rücken, ja klar. Aber dann ist es eben sowas im Alltag, das einfach völlig vernachlässigt wird. In Deutschland gibt es ein Riesenproblem mit Rückenproblemen, das haben wir eingangs gehört. Wie kann man das denn noch besser machen, dass man die Leute da noch besser drauf sensibilisiert? Also ich denke einfach, dass da die Aufklärung ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass es auch noch Möglichkeiten gibt, wie man Rücken weiter schonen oder beziehungsweise richtig belasten kann. Also mir ist da auch bei der Ausbildung sehr bewusst geworden, dass ich sehr wenige Hilfsmittel gekannt habe. Also jetzt kenne ich viel, viel mehr. Und vor allem auch, dass es viele Hilfsmittel gibt, mit denen es wirklich sehr, sehr viel einfacher geht, meinetwegen am Patienten hochzurutschen oder wie auch immer. Und ich denke, da gehört eigentlich ganz viel Aufklärung noch betrieben und gemacht. Würdet ihr die Qualifizierung anderen interessierten Mitgliedsbetrieben der BGW dann weiterempfehlen? Also definitiv. Auf jeden Fall. Es ist für mich persönlich ein Gewinn gewesen. Ich habe mich neu beobachtet. Ich habe wieder einen Fokus drauf bekommen, meine Patienten besser zu beobachten, die Ressourcen zu erkennen und vor allem auch diese zu fördern, wo ich mich ein Stück zurücknehmen kann und meinen Rücken schonen kann. Ja, ich habe wieder gelernt, Selbstliebe zu betreiben. Ich kann denen nur zustimmen, was Becci gerade sagt. Also für mich war das auch eine absolute Bereicherung für mein eigenes Leben, für mich selbst. Und nochmal ganz besonderen Dank an die Sonja und an die Ruth, an unsere Ausbilderinnen. Also die haben das wirklich richtig, richtig super gemacht und waren immer sehr locker, immer hilfsbereit, haben immer ein gutes, großes Ohr für uns gehabt. und ja, noch herzlichen Dank dafür. Ich habe zwar keinen Pflegeberuf, aber ich habe einen Rücken und deswegen würde ich jetzt mal gerne rausfinden, ob ich etwas an meinem Arbeitsplatz verändern kann. Deswegen habe ich Fotos gemacht von dem Arbeitsplatz bei mir in der Agentur und ich habe euch auch eben hier mal mit meinem Notebook, weil wir treffen uns ja remote, gezeigt, wie mein Homeoffice-Arbeitsplatz aussieht, mit dem ich jetzt gerade hier diese Podcast-Folge aufnehme. Vielleicht könnt ihr erst mal was zu dem Arbeitsplatz bei mir in der Agentur sagen. Ja, können wir gerne. Der Arbeitsplatz in der Agentur ist ein Top-Arbeitsplatz. Der Schreibtisch war höhenverstellbar, der Computer war, also der Monitor war höhenverstellbar, der Sitz, der Sessel war höhenverstellbar. Wie schon gesagt, es war ein Top-Arbeitsplatz. Mit diesem Arbeitssitz würde ich auch einfach gerne zum ICE fahren. Also da kann ich mehr rausgehen. Sehr bequem, ja. Es sah so aus, ja. Sonst noch was zum Tisch irgendwie? Er war aufgeräumt. Der Arbeitsplatz war aufgeräumt. Also es ist nicht irgendwie Chaos auf dem Schreibtisch gewesen, sondern ja, es war ein aufgeräumter Tisch mit einer schönen Arbeitsplatte. Man fühlt sich wohl, ja. Nach dieser 1-Plus-Bewertung für den Arbeitsplatz und dementsprechend wahrscheinlich auch dann für den guten Rücken, habe ich euch aber deswegen extra noch vor der Aufnahme meinen Arbeitsplatz hier zu Hause gezeigt. Und vielleicht könnt ihr den jetzt auch noch mal beschreiben. Also da ist definitiv Handlungsbedarf. Auf jeden Fall. Also der Stuhl, der aus den 50ern ist, ist weder höhenverstellbar, noch sieht er recht steif aus. Also für den Rücken absolut nicht geeignet. Das Schreibtisch, da herrscht eigentlich absolutes Chaos. Der sollte mal aufgeräumt werden, dass auch mal der Laptop, dass man den ordentlich hinstellen kann. Ich finde, so schräg steht der gar nicht. Nur so halbschräg. Schreibtisch besteht aus einem alten Tisch, der weder höhenverstellbar ist, noch hat er eine recht große Arbeitsplatte, wo man dann wirklich ein bisschen Platz hat oder ähnliches. Also es ist komplette Gegenprogramm zu dem, wo der Arbeitsplatz eigentlich ist. Dann habe ich einen Mix aus einmal sehr gut und einmal sehr schlecht. Was bedeutet das für meinen Rücken? Ist der Yin und Yang-Ausgleich? Nein, einfach ein Tipp, sich vielleicht einen gepolsterten Stuhl zu gönnen, der höhenverstellbar ist. Vielleicht sogar mit Armlehnen, damit ich die Arme auch auflegen kann, weil der Schreibtisch ja schon nicht höhenverstellbar ist. Vielleicht auch ein Unterbau für den Laptop, dass es für ein Genick besser ist, damit ich nicht immer so runterschauen muss, nicht die Schultern hochziehen muss. Denn da entstehen ja viele Verspannungen, auch Verspannungskopfschmerzen. Das wiederum führt zu Fehlbelastung. Und es ist eigentlich wie ein kleiner Teufelskreis. Und wenn ich ihn durch zum Beispiel einen ergonomischen Stuhl durchbrechen kann, ja, mein Gott, dann mache ich das. Auch wenn der Stuhl vielleicht ein bisschen mehr kostet wie als einer aus den 50er-Jahren. Du, der war nicht günstig, dieser Stuhl. Ja, wobei die Finanzierung von den Ganzen auch jetzt von den Arbeitsmaterialien, also ich denke, das ist auch ganz wichtig nochmal anzumerken. Wir haben alle nur einen Rücken und der Rücken, wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Und von daher wirklich nicht auf den Cent gucken, dann kauft man halt trotzdem ein bisschen was, was ein wenig teurer ist. Aber man weiß, man kann ordentlich damit arbeiten und der Rücken bleibt gesund. Ich danke euch für eure Einschätzung. In der Qualifizierung zum BGW Ergo Coach geht es natürlich primär um die ressourcenorientierte und ergonomische Pflegetätigkeit sowie den Einsatz von kleinen und technischen Hilfsmitteln. Weitere Infos zu Rückengesundheit und Ergonomie sowie dem Angebot zum BGW Ergo Coach findet ihr wieder in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ruhig mal reinklicken. Alle weiteren BGW-Podcast-Folgen, die gibt es auf www.bgw-online.de slash podcast. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, es gibt auch einige Folgen, die sich um den Rücken kümmern. Auch da ganz viele weitere gute Erkenntnisse. Einfach mal reinhören. Vielen Dank Tanja Rentsch und Becci Liebermann, die BGW Ergo Coaches. Gerne. Herzlichen Dank Ralf auch für das schöne Interview. Damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich denke mal darüber nach, wie ich die Tipps in meinem Arbeitsalltag umsetzen kann. Vielleicht soll ich einfach mal so ein paar, das hätte ich ja schon mal gern wollen, hätte ich vielleicht schon mal anfangen. Bis zum nächsten Mal. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Vielen Dank.